Das Jugendinformationszentrum unterstützt die Play, weil das Festival einfach zeigt, welche unglaublich vielfältigen Möglichkeiten man mit Spielen hat, die in ganz anderem Kontext dargestellt werden, wie man das normalerweise kennt. Und das finden wir ganz hervorragend und freuen uns sehr, dass das Festival in Hamburg stattfindet und wir unterstützen können. Innerhalten bedeutet für mich, dass man ein Stück zurückgeht aus seinem eigenen Leben. Irgendwie das kann zwei Gründe haben. Entweder man möchte sich einfach nur entspannen oder man möchte sich auch nur justieren. Und ich finde, in beiden Fällen haben Games den Vorteil, dass man nicht so sehr mit seinem eigenen Leben, sondern mit etwas anderem zu tun hat. Und das hilft einem wahnsinnig, um aus sich selbst quasi rauszukommen. Für die Show am Freitag packe ich die Bewegung Verstecken in den Pixel, weil ich glaube, dass Verstecken ein Element ist, das man bei Take a Breath auf jeden Fall braucht.